Guten Morgen, Christoph, Oberheide oder wie du heißt. Ja, ich habe dich eigentlich immer ganz gern geguckt bei Köln 50667, aber du kriegst jetzt eine fette Ansage von mir, mein Freund. Weißt du warum? Weil es nicht angehen kann, dass du dich über die Kunden von Instagram lustig machst. Die Kunden, und du weißt genau, wen ich meine, die Kunden mit dem blauen Häkchen. Ja, du hast einen blauen Haken, das hast du geschafft, aber dank natürlich RTL 2 und nicht, weil du so toll bist. Du magst vielleicht ein guter Darsteller sein, aber da kannst du auch froh sein, dass du da überhaupt bist. Stell dir vor, du hättest diesen Job nicht bekommen, dann würdest du wahrscheinlich irgendwo in Köln auf der Brücke sitzen oder im Supermarkt an der Kasse arbeiten. Mein Freund, du hast wahnsinniges Glück gehabt, das will ich dir mal sagen. Und sich dann über die Leute lustig machen, da kommt mir das Duschwasser aus den Ohren. Was stimmt nicht mit dir? Warum machst du dich lustig? Warum bist du so überheblich geworden? Ich will ja nicht sagen, dass du fett, faul und träge bist, aber du bist überheblich geworden. Über die Jahre. Ich hab dich immer gern geguckt, wirklich. Aber da platzt mir wirklich die Hutschnur, warum du so reagierst, das versteht kein Mensch. Ich verstehe es jedenfalls nicht. Ich find's nicht in Ordnung. Die Leute, du sagst von ihrem Sparkonto, du wirst sicherlich ein fett gefülltes Sparkonto haben. Ja. Weil immer von Köln 50667 von der Produktion das Geld monatlich schön auf dein Konto geht. Du brauchst eigentlich gar nichts machen. Du brauchst eigentlich nur da sitzen auf dem Sofa und die filmen dich. Mehr brauchst du nicht machen. Das Geld ist immer da. Aber jemand, der stolz auf diesen blauen Haken ist oder stolz auf sich oder sonst im Leben nichts hat und immer gemobbt wurde oder Ärger hat, der wird sicherlich nicht, der wird sicherlich Sinnig freuen, wenn er das hört bei dir. Ihr seid cool, sagst du noch. Ja, wer ist cool? Ja, du bist nicht cool. Du bist uncool, wenn du sowas bringst. Die Story heute Morgen, da kommt mir wirklich das Duschwasser aus den Ohren. Mit noch Schaum dabei. Meine Güte, ich müsste meine Ohren putzen noch. Ja, der Schmalz ist nicht mehr drin. Glaub mir aber, wenn du, wenn ich deine Story sehe, dann kommt er wieder. Also, wunderbar die Fische, mein Jungen. Ja, was wird dein Vater bei Köln jetzt sagen? Der wird sagen, nun, Mutter und ich haben uns getrennt. Ne? Und du lebst jetzt auf der Straße. Ich muss die Wohnung kündigen. Das wäre jetzt mal eine Szene, die du gebrauchen könntest. Diese Szene bei Köln, die würde dich so richtig wieder auf den Boden pfeffern, mein Lieber. Aber, also, pass auf, was du in der Story machst, dass du dich nicht lustig machst über die Leute. Du kannst machen, was du willst, mein Freund. Aber wenn du dich lustig machst oder abgehoben bist oder sonst irgendwas, dann werde ich dich mit meinen Ansagen wieder auf den Teppich bringen. Das kann ich dir sagen. Denk gar nicht dran, dass du den blauen Haken dann noch behältst. In diesem Sinne. Schönen Tag noch! Ach, und noch ein Nachsatz. Noch ein kleiner Nachsatz. Du kannst wirklich froh sein, dass du so lange bei Köln bist. Weil viele andere sind schon geflogen. Also, sei froh, dass du ein Sparkonto hast, wo dein blauer Haken immer abgeht. Denn ich bin mir sicher, du zahlst auch. Du hast deinen gekauft und teilweise sicherlich auch deine Follower. Also, wenn das nicht der Fall ist, dann fresse ich einen Besen. Das kann dir gesagt sein. Du kannst wirklich froh sein, dass du da, wo du bist, mein Freund, da, wo du bist, der Schauspieler, der du bist, ja, du bist vielleicht ein guter Darsteller. Aber was bist du sonst, wenn du dich lustig machst über die Leute, die monatlich dann für den blauen Haken, für diesen, ja, für diesen Scheiß, ja, klar. Es ist natürlich kukulores, ja, blauer Haken heißt nicht, dass derjenige toll ist oder sonst was. Ist ja bei dir genauso. Ich glaube mal, du bist ein Darsteller, der da ist und Glück gehabt hat, dass er da überhaupt ist. Aber wie viele Typen mit Bart gibt es, die das sagen würden, was du sagst? Naja, die meisten haben wahrscheinlich mehr Charakter als du. Also, mein Freund, denk an meine Ansage. Wie gesagt, ich gucke in deine Story und die Ansage ist dir sicher. Dankeschön. Kann's gehen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.